In dieser Ask the Punk Show geht es um Pain Points als Vermieter, denn es geht um den Blackberry und es geht um viel Erben mit 18. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Thomas, die Pain Points als Vermieter, da könnte ich ja unendlich lange darüber reden, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Also das eine ist ja mal natürlich Mieter, die frech sind, wenn sie nicht zahlen können oder wenn sie Scheiße bauen. Also normalerweise ist immer eines, wenn sicherlich mal jemand in einer schwierigen Situation ist, beispielsweise eine Scheidung oder irgendwo den Arbeitsplatzwechsel, den Job verliert und mit dem Vermieter, der sich kooperativ spricht, kann man durchaus in vielen Fällen auch eine kooperative Lösung finden. Das heißt, wenn ich weiß, in zwei, drei Monaten hat er wieder einen Job und das funktioniert, dann ist man durchaus bereit, mal auf rechtliche Maßnahmen zu verzichten, die Mieter etwas zu strecken, Ratenzahlung zu machen und ähnliches. Aber das Problem ist, dass viele Mieter einfach den Kopf in den Sand stecken und dann irgendwo verschwinden oder ähnliches. Und das bringt es beiden Parteien nicht viel. Der Mieter wird irgendwann bankrott und wird gepfändet und wenn er keine Vermögensauskunft gibt, kann er sogar verhaftet werden. Wir müssen uns ärgern, ewig auf unser Geld warten und so weiter. Also das ist sicherlich ein Kernthema. Das zweite Thema, sicher alles andere, was ich schon als Vermieter gesehen habe von Messis. Messis, Leute, die irgendwelche Bücher, ich hatte mal jemanden, der hat glaube ich in der Wohnung 20.000 Bücher gehabt und ist dann verstorben. Wir hatten schon mal einen Polizeiansatz in der Wohnung, in einer unserer Wohnungen, weil dort die Mieterin mit ihrem Freund, die hat vielerweise Drogen gehabt hat und die Wohnung hat dann, sind dann Ratten aus den Löchern gekommen, so hat die gehaust. Wir hatten schon Fälle, wo wir eine Mieterin gehabt haben, wo die Mutter ihre Tochter zur Prostitution geschickt hat, um ihre Drogensucht zu befriedigen von der Tochter und ihr und die sind dann beide in eine Anstalt für geistigabnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Also Fälle davon gibt es wahnsinnig viel. Also ich kann nur immer wieder sagen, wenn man einen guten, seriösen Mieter hat, muss man sich freuen, weil du glaubst nicht, was es alles gibt auf der Welt. Viele Menschen verändern sich auch, eine Zeit lang geht es gut, dann haben sie eine Scheidung, dann haben sie private Probleme, dann werden sie Alkoholiker, dann verlieren sie einen Job und alles mögliche und dann ändern sich plötzlich die Situation. Also nehmen wir Fälle beispielsweise, jemand hat fünf Jahre immer pünktlich bezahlt, plötzlich gibt es irgendwelchen Ärger. Was auch der Fall ist, manchmal sind Mieter, sind sie ütüpflich ein Reiterchen. Also wir hatten beispielsweise schon Mieter, die haben Nebenkostenabrechnung wegen fünf Euro beansprucht. Und ich sage immer den Leuten, ja zahlt das denen, dass er Ruhe ist, das ist reine Zeitverschwendung. Ich weiß gar nicht, wie man so viel Zeit haben kann, aber manche Leute sind einfach langweilig und die versuchen einfach jeden irgendwie zu quälen und zu ärgern und schreiben nach auch elends lange Briefe und beschwerende Briefe und weiß Gott was alles, also manche Leute haben einfach zu viel Zeit und zu viel Langeweile und versuchen dann ihre Langeweile am Vermieter und sicherlich auch an anderen Quellen entsprechend auszulassen. Und eines, was ich auch dazu sagen muss, also wie sich ein Mieter verhält, hat wenig mit seinem gesellschaftlichen Stand zu tun oder Status oder von seinem Reichtum oder ähnlichen. Ich hatte schon Investmentbanker und Unternehmer und Multimillionäre als Mieter und die haben sich aufgeführt wie die größten Säuer. Ich hatte arbeitslose und arme Menschen, da war die Wohnung pick sauber und alles war perfekt. Durch auch gab es das Gegenteil, ich hatte auch schon arbeitslose Mieter, die verhaftet wurden und alles Mögliche. Wir hatten schon Briefe aus der Strafanstalt, dass die Leute ihre Wohnung nicht von mir verlieren wollten und dann, dass sie dann doch irgendwie geschafft haben, die Miete zu bezahlen. Also wir hatten Leute, die den Strom gestohlen haben, wir haben Leute gehabt, die haben das Klo herausgerissen. Also die Geschichten, die ich erlebt habe als Vermieter von über 200 Wohneinheiten, ist legendär. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, auch als eigener Mieter in meinem eigenen Umfeld, wo ich gewohnt habe, in meiner ersten Mietwohnung im ersten Bezirk, komme ich einmal um vier in der Nacht nach Hause, stehe in dem selben Stock vor mir, zehn Polizisten und fragen, ob ich weiß, wo der Nachbar ist. Also egal wo du bist, oder einmal bin ich in meiner jetzigen Wohnung in Wien, bin ich um zwei in der Nacht nach Hause gekommen, da waren plötzlich 15 Leute im Stiegenhaus, ich wollte hineingehen, die haben uns attackiert, das hat richtig nach Gras gestunken, haben wir die Polizei gerufen, da hat die Polizei die vertrieben, da war aber ein 17-jähriger Sohn oder was von einer Familie war da drinnen, der war noch frech zu den Polizisten, das ist dann auch ziemlich ausgeadert, am nächsten Tag haben sie die Scheiben eingetreten und mit dem Feuerlöscher alles angespritzt. Also egal wo du bist, du erlebst wundersame Dinge, und es gibt so ziemlich nichts, was es nicht gibt. Nils fragt, sag mal Gerald, ich weiß, das hat nicht so viel mit Wirtschaft zu tun, aber warum hast du noch ein Blackberry? Stört dich die Inkompatibilität nicht im Workflow oder was sind die Vorteile für dich? Die Firma stirbt ja eher aus, auch wenn sie früher sehr renommiert und groß war. Nils, ich habe ja zwei Handys, ich habe ja nicht nur einen Blackberry, sondern ich habe auch einen Samsung S8 und womöglich bald einen Samsung S9 oder wie das ganz neue Gerät heißt. Und am Samsung war, habe ich natürlich alle Apps und alle Anwendungen und Facebook und WhatsApp und Instagram und poste dort Fotos und so weiter. Ich habe aber natürlich auch noch immer den Blackberry, weil der Blackberry hat einige Vorteile, die ich nicht missen möchte. Das eine Thema ist einmal, beim Blackberry kann ich gut tippen, das heißt, ich kann nur E-Mails viel schneller tippen und da ich doch selten am Computer sitze und entweder die E-Mails bei Diktat meine Assistentin diktiere oder sonst sie selbst schreibe, am Blackberry geht das einfach viel schneller als am Samsung S8. Das zweite Thema, was auch essentiell ist, dass das Arbeiten offline, insbesondere im Flugzeug oder teilweise im Zug, wenn einfach kein Internetempfang ist, auf dem Blackberry besser ist. Weil du kannst Dokumente hier irgendwie leichter herunterladen, die bleiben dann auch heruntergeladen, du brauchst keine Internetverbindung, du kannst auch leichter E-Mails versenden im Offline-Modus, das geht zwar am Samsung auch, aber es geht am Blackberry noch deutlich bequemer. Das heißt, das sind die Vorteile, wieso ich das Gerät benutze. Das dritte ist auch relativ klein und handelig, das Samsung ist am handeligen Brocken, insbesondere mit der Hülle, damit ich nicht dauernd das Handy zerstöre und dann dauernd Kratzer oder Brüche im Bildschirm habe, das hat mir auch meine Assistentin gekauft. Seitdem ist auch das Handy mir einfach zu Boden gefallen, aber niemals zu Bruch gegangen. Wenn du das Blackberry kannst elegant in deine Hosentasche einstecken, dann bekommst du trotzdem die E-Mails entsprechend heruntergeladen. Und sowohl die Vorteile des alten möchte ich nicht missen und natürlich auch die vielen Anwendungsmöglichkeiten des neuen. Deswegen habe ich auf jeden Fall zwei Handys und wenn eines mal leer ist, bin ich trotzdem noch immer nicht offline. Wann ihr das fragt? Hallo Gerald, ich möchte mich bei dir für deine Videos bedanken. Nun habe ich aber noch eine für mich sehr wichtige Frage. Wenn eine größere Erbschaft anfällt und man selbst erst gerade 18 ist, wie sollte man dann mit so etwas umgehen? Man wird zumeist unglücklich und verblödet, so in der Art sagtest du das. Nur kann man am Erben nicht viel ändern. Man könnte alles spenden und bei Null anfangen, nur denke ich nicht, dass das der Wunsch des Erblassers war. Ich wäre unglaublich dankbar, wenn du diese Frage beantworten könntest. Danke. Wann ist das eine gute Frage? Ich kenne tatsächlich viele Leute, die viel Geld geerbt haben und damit eigentlich das Geld nur Unglück gebracht hat, weil sie nicht damit umgehen konnten und einfach deppert geworden sind. Es ist meistens so, weil Leute vorher nichts gehabt haben und keine Erfahrung mit Geld gehabt und plötzlich sehr viel haben und vorher einen großen Mangel gehabt haben, dass nachher ihnen das Geld nichts bringt, weil es de facto wie, nehmen wir es mal ein Tier, ein Hund hat lange nichts gegessen und dann hat er plötzlich alles was zur Verfügung. Dann gibt es manchmal wirklich Tiere, die sich physisch zu Tode fressen. Und so ist es meistens, wenn du lange einen Mangel gehabt hast und plötzlich erkastst du alles, dann geben die Leute das Geld aus und erfüllen sich plötzlich alle Wünsche, die sich irgendwo gehabt haben. Dazu reicht vielleicht das Geld nicht und dann sind sie plötzlich verschuldet. Dann sind sie an einem Lebensstil gewohnt, dann kommen die ganzen falschen Freunde und sagen, bitte gib, bitte zahl, bitte mach, du bist so cool, solange du zahlst natürlich nur und solange du uns unterstützt und solange du uns spendest und solange du uns erhältst. Jemand, der vielleicht vorher nicht so populär war und dann plötzlich das da ist, dem fällt das vielleicht auch und am Ende kommt nur Blödsinn dabei heraus. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, wie man damit sinnvoll umgeht. Und gerade wenn du jetzt natürlich was erbst, hast du eigentlich auch genügend Geld, dich entsprechend weiterzubilden. Weiterbildung kannst du machen im Bereich Online, über Online-Videokurse, wie beispielsweise auch bei uns, bei der Investmentpark Academy, aber es gibt genügend auch andere Angebote dafür. Du kannst Bücher zu dem Thema lesen, du kannst Kurse oder Seminare oder auch universitäre Lehrgänge besuchen und du kannst dir natürlich auch individuelle Coaches nehmen. Hier würde ich allerdings auf niemals einen Vermögensberater setzen, das sind alles nur Verkäufer und Bullshitter, sondern ich würde mir jemanden nehmen, der selbst vermögend ist, der einen lange, jahrelangen, oder jahrzehntelangen Track Record hat. Das kann ein Anwalt sein, das kann ein Investmentbanker sein, das kann ein Vermögensverwalter sein und der dir de facto das Handwerk erklärt, wie man mit größeren Summen Geld umgeht. Solche Leute zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie meistens viele graue Haare haben, ein nachweisbares, ergebliches Vermögen, eine jahrzehntelange Erfahrungswerte und die auch entsprechend teuer sind. Also rechne schon damit, dass solche Leute als Berater zwischen 400 und 1000 Euro in der Stunde kosten, aber auf der anderen Seite, solche Leute können dir sicherlich helfen, dass du die Unsinnigkeiten und Blödsinnigkeiten vermeidest. Und eines auch ganz, ganz wichtig, stell sicher, dass du die ganzen Gauner, Lakaien, Arschkriecher, Schlangen und ähnliches und all die Leute, die Akklamateure, die sagen, ja, du bist so toll und so weiter, ja, bitte zahl, ja, bitte erhalt mich, ich habe nichts, du hast viel, dass diese Leute vom Leib fernhältst und dass du dich mit Leuten umgibst, die entweder ein entsprechendes geistiges Niveau haben, die einen ordentlichen Charakter haben und natürlich auch, die teilweise selbstvermögend sind, weil Leute selbstvermögend sind, haben jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass du sie aushältst. Und wenn du diese paar Regeln befolgst, also einerseits eigene Weiterbildung, nimm dir einen Coach, einen Mentor, einen Berater, dem du auch dafür entsprechend bezahlst und der die entsprechende Erfahrung hast, der dich durch diese Situation richtig guidet und dich ehrlich beraten kann und nicht irgendeinen Scheiß verkaufen will und das dritte ist, wähle dein Umfeld genau aus und wenn du irgendwie merkst, Leute sind so besonders nett, zu dir, weil du jetzt plötzlich viel Geld hast, dann zeig dir der eine, steig den Finger und sag, fuck you. Wenn dir diese erste Punk-Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du die Infos auf meiner Plattform www.investinpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.